Damit das ich auch hinsehen kann Komm, 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 tu in den Stuhl rein Nein! Alter! Was macht ihr denn da? Oh, lol LOL Hau ab! Du willst mich damit nur umbringen Das tut mir voll leid, Seth Guck dir mal an die Punkte, da war echt keine Absicht Nein Aber ich dachte, du bist grad so abgegangen mit dem Schoß Jesus! Und Chris! Nein! Feed mein ich! Boah, das darf nicht wahr sein! Danke, Peter! Sorry, Chris! Wie viel hast du mitgenommen, Jay? Hast du überhaupt eingekillt? Nein, weil das für scheiß Waffe ist Ich dachte, du bist da Oh, Gott! Was? Wir haben doch so viel Zeit Komm aus dem Raum raus, guck da, Luan Ich dachte, oh, Peter ist da Jetzt gibts Rasur So ne Scheiße Das tut mir leid, das tut mir so leid Du hast mich ja auch nicht weggemacht, Peter hat mich weggemacht Ah, ok, ja, richtig Weil du standst vor Jay Ich stand hinter Jay Und Peter stand hinter mir Ja, genau Oh, in dieser Reihenfolge haben wir uns dann auch irgendwann weggeknallt